Yo Leute und damit Willkommen zurück zu Minecraft Metaery Energy. Pia mit dem Flash mit Centers! Hallo! Haut hab ich schon wieder. Ja klar... Geh und? Du Schmock, du! Ich bin trotzdem nochmal darüber. Oh das wenn ich hier alles ab. Dann kann solche Blöcke gebrauchen. Warum? Um ausleuchten. dann kümmere ich eben, ah ja wir wollten die Pumpe, die Pumpe haben wir zum laufen bekommen, warum auch immer ich lauf zur Pumpe, warte mal, muss hier noch eine Quest durchgehen, hat die Quest beugt oder nicht mehr weil er einfach mal den Tank genommen hat, er dachte das funktioniert, also irgendwie, tschüss Minecraft tschüss Minecraft ne er hat die Ender Pumpe genommen und das hat dann doch funktioniert das funktioniert so nicht, überhaupt nicht, nein oh, Hi Skelett toll, bleib beim Starten, das ist schon ein Schmitzer klar, oh wir müssen, wir müssen natürlich ein paar Fackeln mitnehmen, weil hier alles spawnt stopper, ja trotzdem habe ich hier noch ein paar Fackeln ich fuck dir gleich eine dann starten wir mal wieder hier die die Crewe so, lass mal so meine Arbeit ein bisschen wolltest du dann den noch umbauen oder nicht? ja den baue ich dann um den Reaktor weil das ist, ehrlich gesagt, wirklich besser weil das Ding ist so scheiße, das verbraucht viel zu viel dadurch so wie das gebaut ist man kann das Ding echt simpel bauen verbraucht nicht so viel, aber macht trotzdem ordentlich Energie oder nicht? ja und apropos Energie hast du noch den anderen Drum das Ding ist hier voll hier ja dann Drum? den habe ich oben in die Kiste geschmissen stell dir mal bitte neben dem anderen auf und tu mal den Pipes anschließen ja gleich brauchst du den Vanishing, dann kann das seine pumpen gleich wenn ich mal wieder on bin ja ja ich glaube schon also willst du noch deine Steine da abbauen ja ja ich schwimme ihm hoch mach ich mal weiter du kannst das ja auch dauert ja ja nicht lange bis du hochgesprungen bist nein ja was nee ich meine ja es dauert ja nicht lange bis du hoch bist nein nein ich schau dir mal links rum bis man hier wieder rüber kommt weil man kommt ja auch echt nicht raus aus der Kuppel ist alles mit hier ist eigentlich ganz gut so fällst du nicht raus so richtig nein hallo da hat er den Bum hingebaut ähm ja wo habe ich den denn reingetan ja das ist mal die Frage äh nochmal hab ich den nicht bei den Kabel mit reingetan ja das dann weiß es nicht aha hab ich mir doch noch bemerkt wo ich den vorhin reingetan hab immer wieder den für euch ist das ne zwei wochen später so keine ahnung bestimmt 10 milliarden später so angeschlossen ich hab den einfach oben drauf gepackt aufs Kabel der Punkt von beiden Seiten rein oder von allen sogar ja dann haben sie es gefixt wäre es ja lächerlich wenn er das nicht machen würde mein kopf ist das sowas wirklich lächerlich lol das wildschwein hier ne das wilde schwein nimmt auch Melonen ja 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 ich wundere mich ich hab Melonen in der Hand verfolgt mich das erstmal okay aber wir haben ja kein noch so eins ne ja das läuft jetzt ganze mit Herzchen rum du bist ja alleine oh nur gar nicht Leute ich hab schon angeschlossen was gesehen ne mhm hey ab nach unten zeig ich mal hey wie gesagt mit der Pumpe funktioniert es jetzt was wieder angemacht gehabt äh gerade habe ich es ausgemacht wegen dem weil ich ja nicht wusste ob du jetzt schneller da bist als ich so ah ja da hinten arbeitet der hehehe da ähm leuchten die echt? warte mal F7 ja ein bisschen wohl ein Block weiter oder so ähm hier hinten hier stehen ja auch Fackeln ne nicht wirklich ja aber durch F7 siehst du doch naja deswegen oh das ist schon geil nein 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 also wir mal hier raus helfen irgendwie aus dem Loch warum hast du keinen Eimer mit warum ist das vor allem ein Loch keine Ahnung das Ding lässt er übrig oder wie Arschloch einmal zu bauen Scheißdorf oder so ich hab hier bin mal ein Eimer mit oh das Ding ist schon wieder voll merkst du es baut nicht mehr ab wir brauchen größere Speicherstationen dafür egal wir können das ich kann die Hälfte schon mal verbrauchen wenn ich den jetzt umbaue ich baue jetzt eben den Reaktor um ja mach das dann baue ich den um und dann verbraue ich das Zeug sowieso mhm bauen wir hier noch weiter ähm ja wir können doch die Dimension erst wechseln wenn du die nicht brauchst ich baue grad noch restiges Quarz ab hier ja was hier noch rumhängt ich kann die ja später nochmal einsetzen wenn grad nichts zu tun ist oder so oder die anderen Dimensions nicht baue hast gehört ne ja ja ok ich hab schon zu gehört boah man kann davon nicht genug haben boah das ist sowieso charged einmal hast du die Glasscheibe mit drin gelassen in den einen ja ja weil ich keinen Platz mehr hatte und oben und die Thronen sind ja auch voll und diese komischen Waffen hier ja die sind voll mhm ja unsere Kisten sind generell voll ja ich muss immer noch zwei Kisten bauen damit die eine sich eben leert hier mhm und ich hab selbst Material genug mit ne die Kiste wollte ich nicht so zumeln die wollte ich eigentlich so ganz gut so lassen ich wollte es nicht hä die untere wo jetzt die ganzen Maschinen teilt sind du wolltest gar nix ach sehr ruhig Flint bräuch ich nicht ich schaunde eigentlich ok das ist das und da kommt weg auch keinen Bock mehr abzubauen vorsichtig hier rüber also jetzt hast du keinen Bock mehr abzubauen bist doch einer ey ja man braucht das auch keinen Bock mehr abzubauen du bist einer du kennst mich doch du kennst mich doch nach fluid conduit ob hier irgendwo noch überall noch Meckkisten versteckt sind unter stimmt oder war die da unter nicht versteckt mhm da geht immer keine Ahnung ich hab jetzt welche unter denen die beim Wasserfall meine ich weiss er nicht wir müssen eigentlich weit in die Glaskopper rein weil sind immer noch Kisten wo ich noch nicht dran war da kannst du reingehen ich war mal in den Reaktor zack tot zack tot zack tot wir können zwei bauen Da macht man Plumpsen, wenn man da runterfällt. Irgendwo hier. Da. Das Ding. In die Truhe. Komme ich von hier oben auch ran. Das ist geil. An manchen Truhen kommst du von oben ran. Ja, wo ist sie mit? Ja, sag ich ja. Ich muss aber auch passen, dass die Viecher nicht rein rinnen. Was ist das eigentlich? Eine Susi. Keine Ahnung was das sein soll. Ja, schön wenn der Inventar schon wieder voll ist. Oh, hier oben ist eine Trophäe. Wo? Bei dem Reaktor war eine Trophäe drauf. So, okay. Und noch eine Trophäe habe ich gefunden. Guck grad die Wand entlang. Mach das. Ich will das andere Ding auch noch außen und dann bauen weiter. Obwohl meine Spitzsacke da nicht mehr ging. Mach mal kurz ein Magnet ausziehen. Guck mal hier. Das war in einer Kiste drin. Kannst du bestimmt ausstellen. Kann man nicht. Steht nicht. Obwohl, warte mal. Ich habe da so ein Bild gesehen auf der Seite. Ach. Wo hab ich denn? Okay. Ah, das kommt sie immer hinterher. Ja, ich port mich mal schnell weg, dass die da liegen bleiben. Ich glaub doch. Ich weiß sogar wo. War das VMS? Ich hab da so ein Bild gesehen gehabt. Coolen Port. Ähm. Kann man mitnehmen. Da, Susi. In den Bilderrahmen kommt die rein. Warte viel. Boah. Jetzt kann ich ganze Kiste nach. Ich glaub sogar das ist sein Hund. Keine Ahnung. Na ja. War noch nicht weiter. Ich friede noch Kiste. Wenn ich alles okay singe. Ist der? Ehh. Ehh,ööööööööööööööööööööööööööah. alles klar wo war denn überhaupt da ist also immer nur zwei trophäen weg dann habe ich die auch weg da sollte noch eine kiste sein oder auch nicht so sie ist sogar das secret und jetzt weiß ich nicht wirklich aber aber ist auch nix da ok sie fixe 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 natürlich meine bacon und noch nicht von gast und okay kuchen party dass wir den kuchen fressen interface ist okay tipp 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 so ähm ja was sind das für kekse quadruple compwest compwest ich weiß gar nicht was die fertig ist dadurch die quest funktioniert irgendwie nicht oder musstest du nicht auch noch in hand haben okay weil ich habe die grad lila aufgeleuchtet und ich konnte das mal abnehmen warte mal das sind die hier box das ist ein feiner bin ich gerade blöd ach wahrscheinlich musst du die selbst kraften einmal crafting test wasser da auseinander ja warte muss eigentlich funktionieren ja jetzt ging es ja da ist ja gerade noch mehr zugekommen was eigentlich mal so eine kekstruhe haben muss eigentlich dieses keksjar haben das ist ja das sind und ich schon wieder ist das ein debugger ok ein number was ist das keine ordnung das macht auf jeden fall das haben wir doch beim letzten mal auch schon gehabt ouch es ist einfach eine waffe penner egal hinten ist wasser wenn ein km ist eine pika und eine schweiß hinter den kisten eine view zähl schweiß in dir in die hier rein das essen und die ist im e zeug die hier ja das im e und die anderen kisten alle voll sind in diesem wenig so sortiert etwas 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 meine kekse meine kekstruhe dann können wir gleich mal die kekskress machen hattest du alle kekse da reingetan gehabt naja alle die ich jetzt hatte ja nicht alle jetzt nur die ich jetzt in der bekommen habe ne so weil ich weiß gar nicht wo sind die anderen dann weiß ich nicht ne das müssen auch alle gewesen sein dann jetzt aber und zu macht er die anzeige auch gar nicht an ne dass du sehen kannst was in der kiste drin ist ja ich weiß oder manchmal ist es ein bisschen verpackt ja äh ja wie geht das mit den cookie glas eigentlich cookie ähm testament in cookie jar äh ich mach die quest mal schnell fertig ne jo vor allem ein eisen ein redstone und vier glas paints voll hätten wir schon lange fertig machen können hätte aber keiner kommt kommt auf die dea und guckt nach dem rezept ja man noch was anderes zu tun mann 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 oh das ist doch er hätte ja erstmal abgebaut und das nervig das müsste eine ganze redstone nennen ne 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 eine truhe da hinten wo das erd ist ne weißt du das ne nö ne das weiß ich nicht وہ ist ja owwww Sultan nиг ach geht nicht, schade wir produzieren wir den einfachen strom mit wir produzieren wir machen es auf jeden fall mit dem hebel das sowieso weil erst dauerhaft läuft das hier mit solch alle und noch mal ein cookie brauchen noch so funktioniert grandmaster album pickaxe da wird bestimmt ziemlich weiter doch normale glaspens dafür dinge bei meiner spitzhacke da war dann müssen wir halt weiter wir haben vor allem will ich sogar erst dann habe ich schon aufgenommen ich wollte nicht du wolltest können wir noch weitermachen ich habe gesagt wir können ja wir können ja das lässt du dir auch nicht zweimal sagen da würden wir schon können muss krippel kompress kocki schad und die dinge dann das muss bekommen dann ja auch durch kristin abzubauen nervig 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 ich hab's gleich geschafft so die cookie quest ist auch fertig ja kann ich leider nicht mehr an kann ich gar nichts annehmen von cookie seeds was ja kakao beans zu bekommen nein hier so für die quest ja ja das wird auch eine deli quest sein ich bin glaube ich drüber gehst das ist schwer ich habe nur wegen was anderes auch einmal player core ob sie den stick besser wird das denn habe ich auch vorher bekommen random things wollen damit irgendwas machen keine ahnung spielt das jetzt die ganze zeit um mich rum das zeug das ist immer welt mit lapis und damit kannst du ein was denn spielt das ganze die ganze zeit wird das ganze zeit um mich herum wenn ich immer geht anlasse ja auch wenn du dich hochbaut ist dann beim niederliegen ok dann ist gut player interface kannst du machen und dafür brauchst du ein nether cube im player core obsidian und ender chest oder du machst daraus beryl, chromium, vanadium und lazurid auch nicht schlecht okay na ja was soll ich alles ja alles ja ja